So, heute haben wir die restlichen Möwe rüber geholt. Jetzt haben wir unsere schönen Liegestühle hier, unsere Loungebank. Vielen Dank nochmal an Emilia, dass du uns die letztes Jahr so schön gebaut hast. Eine schöne Erinnerung an dich. Ich hoffe, du kommst irgendwann vorbei und wir können wieder gemeinsam feiern. Ja, das ist unsere kleine Auszeit. Vielen Dank.